Willkommen zurück zu Pro Evolution ca. 2016 Im letzten Part, also im ersten Part, haben wir 0-0 gespielt Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier mal ein paar Tore schießen Bayern München gegen Olympia Goss FC Ich habe das richtig ausgesprochen Dann rollen wir mal los geht's Herzlich Willkommen in der Allianz Arena in München Und jetzt das Spiel Den FC Bayern München gegen Olympiakos Pereus Hallo, aus dem Stadion begrüßt Sie Marco Hagemann Als Experte steht mir heute mein Kollege Hansi Küpper zur Seite Ich danke dir und ich hoffe mal, dass wir alle beim Abpfiff sagen werden Danke, dass wir dabei sein dürfen Ganz ehrlich, die UEFA Champions League Hymne lässt Fußballherzen höher schlagen Schauen wir uns das hier noch an, weil ähm Oh, ich kenne mich schon gleich oft Musik habe ich deswegen ausgemacht, weil, oh, Eva Mucke in den Videos bei YouTube Auf keinen Fall, ey Auf keinen Fall, ey Sperren Sie wieder alle meine Videos, ey Auf keinen Fall, ey Dann würde ich sagen, starten wir mal Los geht's Äh, da oben Schweinsteiger Lahm Mario Götze Ja, ja Oh, Mann Rennen Boah, da kommt's gar nicht durch hier, ey Da Fuck Komm, renn da Ja, komm, 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 komm Oh, fuck Ecke Ganz knapp am Tor vorbei Oh, Mann, Alter Boah Boah, zu stark, Covid Nein Oh Ey, Wanner Na Oh, wie damit der nicht durchkommt Diesmal haben sie ihn aufgehalten Ich bin mir aber sicher, dass er es bei der nächsten Regenheit wieder versuchen wird Da war er An, na, an, na Oh, geht doch da ran, verdammte Scheiße Nein Komm, geh da ran Das ist Mario Götze Ey, fuck, ey Keine der beiden Mannschaften finden bislang den Weg in eine gefährliche Region Ey, ich komm nicht durch, ey Langer Abschlag vom Keeper Eine gefährliche Situation, aber er war voll auf der Höhe Der kommt weit nach vorne Lewandowski Der Ball kommt durch Oh, fuck, ey Fuck, fuck, ey Fuck, ey Ränder Hier ist Lewandowski Oh, ey Komm nicht zum Ballern hier, Alter Ränder, ränder, ränder Oh, fuck, ey Yes, Alter Für den FC Bayern München Jetzt also beginnt dieses Spiel endgültig Kein Torhüter der Welt hätte den halten können Ein Schuss wie ein Donnerschlag Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter vor ist Fuck you, Alter Dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat Mann, Alter, kann doch nicht sein, ey Der FC Bayern München geht in Führung 1 zu 0 Wurde Zeit, Alter Sie sind im Vorteil Und der Gegner hat ab jetzt den Druck, denn der braucht den Ausgleich Ach, ja kein Ausgleich, geht da ran Ja, komm, 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 komm Hanna, Hanna Der FC Bayern München macht kurz vor der Halbzeit ein Tor und geht damit 1 zu 0 in Führung Mario Götze Schieß doch Schieß doch Schieß doch Meine Fresse, ey Kann in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel passieren Es steht 1 zu 0 und wir hoffen, dass da noch ein bisschen was kommt in Durchgang 2 Alter Los geht's mit der zweiten Hälfte Ja, den scheiß Ball, Alter Der FC Bayern München führt aber eben nur knapp, der Spielstand 1 zu 0 Ja, noch, ja 1 zu 0 Nein Fuck it, ey Der Torhüter haut ihn weit raus Geht da ran, geht doch da ran Spielt die Kugel nach rechts Oh, ey, hallo, Randa Randa, Randa Oh, ey Mua Fuck Boah, gibt ja den Kugel, Alter Na Mua Mann Spielt ihn nach links raus Leandro Salino Im vollen Tempo auf der Rechte Oh, hallo Hallo, geht doch da ran Seid ihr bescheuert, oder was? Hält er drauf Und ein Schuss Ey, Sambal Ganz enge Kiste, trotzdem Letztlich vorbei Da hat nicht viel gefehlt Keine schlechte Leistung Um Haaresbreite Hat er das Tor verfehlt Ach, da steht mal wieder keine Sau, ey Der FC Bayern München Hat heute noch gar keinen Spieler von der Bank gebracht Hallo, geht doch mal da ran Seid ihr bescheuert, oder was? Leandro Salino Sauberer Vorstoß, aber am Ende haben sie ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht Ey Fuck, ey Leandro Salino Das ist Dominguez Es sieht gut aus Oh, geh doch da ran Sauber vom Ball getrennt, der wäre da sonst durchgegangen Ey Allein gegen alle Er hat dieses Duell nicht für sich entscheiden können Aha Einwurf, Alter Da steht er an der Seitenlinie und wartet auf seinen Einsatz Er wird wohl in Kürze ins Spiel kommen Mario Götze Jetzt rennen, Alter Schöne Flanke Oh Jetzt komm, Alter Schöne Flanke Oh An die Flanke kommt keiner ran Da kann er froh sein, dass er den noch bekommen hat Da treibt er den Ball weit vor Komm, 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 komm Komm Lewandowski Oh, Mann Der FC Bayern München bräuchte einen Spieler, der den Ball ist Oh, fuck, ey Ich sage ja, nicht hier Ab in die Spitze Jetzt aber Schieß doch hoch Ey Was macht ihr denn? Lärm Weißt du nicht, ob er richtig zufrieden damit sein wird? Was war denn das für ein Bock? Wahrscheinlich falsche Taste gedrückt, ey Fuck you, ey Mann Renn da hin Nur noch wenige Minuten Sie müssen jetzt ganz schnell den Ball nach vorne bringen Oh, ey Leute Jetzt ist Übersicht gefragt Nein Mann Ist klar Ist klar Ist klar Ey Meine Fresse, geht doch, ey Ah Oh, meine Güte, Alter Na ja Das kriegen wir noch hin, denke ich mal hier, oder? Ja, logisch Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder Haut da rein, bis dann, dann schön, Bayern München gegen Karne Tova Oder wie auch immer das ausgesprochen wird Rot da rein, bis dann Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Nach 있는데요 und